Was steht zu Diensten, der Herr? Schlagt mir 30 Eier in die Pfanne und gebt 3 Pfund Speck und 1 Pfund Butter dazu. Und das Ganze schön durchbraten. Wie meinen der Herr? Ich sagte 30 Eier... Könnt ihr denn das alles essen? Und bezahlen? Da, jetzt schnell das Essen. Ich habe Hunger. Los! Sofort! 25 Eier und ein halbes Pfund... 30! Jawohl, sofort. 30 Eier, 3 Pfund Speck und 1 Pfund Butter, alles zusammenbraten. Ja. Ja, dummes Ding. Herr Wirt, was gibt es zu trinken? Ja, was darf es denn sein? Einen guten Wein. Sofort. Welcher soll es sein? Einen großen Krug Grünberger. Sehr wohl. Den großen Krug da oben. Den nicht, den größten. Sehr wohl. So. Sofort. Du, wir wollen mal schauen, was der auf seinem Wagen geladen hat. Oh ja. Jetzt nicht, du Toddel. Wohl bekommst. Danke. Ja. Oh. 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 Noch einen. Einen. Sehr wohl. Ja, ja. Noch einen. Wir müssen ihn draußen hinter dem Dorf abfangen. Unsinn. Wir verstecken uns im Wagen hinter den Kisten. Und wenn wir draußen auf freier Straße sind... Pssst. Dann räumen wir ihn den Wagen aus und werfen die Kisten auf die Straße. Ja. Pssst. Los. Los. Komm da schon. Wohlbekomm's. Danke. Wie steht's mit meinem Essen? Sofort. Wo bleibt denn das Essen für den Herrn? Ja, ist... Hey, Katze! Schon fertig. Ich weiß es ist es. Au! Ah, ich hab mich verbrannt. Ach, dummes Ding hast du dich. Ah, ich schick die Petersilie schon drauf. Und die Eierwussel. Nein, nein, den Löffel brauch ich noch. Wo ist denn der Löffel? Gib den Löffel erst denn nicht her. Und raus, der ist mit der Pfanne. Natürlich, gleich. Wo sind denn die Eier? Brrr. Geh da, Wirtschaft! Ich wünsche dem Herrn einen guten Appetit. Ich danke euch. Eine schöne Portion. Und eine gewaltige Portion. Gerade recht für mich. Ein Ochse könnte leicht satt werden, aber für euch ist es bestimmt zu viel. Erlaubt. Das könnt ihr doch unmöglich alleine aufessen, meine ich. Doch, das kann ich sehr gut. Erlaubt, es ist bei uns zuland ein alter Brauch. Und der Wirt muss wissen, ob das Essen auch schmeckt. Zeitversichert, es schmeckt. Vorzüglich. Ihr habt recht. Schmeckt wirklich gut. Ja. Schmeckt wirklich großartig. Augenblick. Da kann ich einfach nicht widerstehen. Einfach großartig. Ja, 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 ja. Nein. Ihr habt einen gesegneten Appetit. Ich hoffe, es hat euch geschmeckt, Herr Wirth. Ja? Am Fekt war nicht gespart. Nun gut, ich hatte 30 Eier bei euch bestellt, Herr Wirth. 16 davon habt ihr mir weggegessen. Ja? Gegessen sage ich. Und diese 16 Eier will ich wieder haben. Ja, aber... Also helft mir doch zu helfen! Kommt ihr, schlug mich gleich! Au! Au! Du Kerl! Was ist denn los? Au! 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 Achtung! Ja, 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 ja. Ja, 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 ja. Ja, 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 ja. Ja, ja.